jetzt ist die Map nicht so groß, er könnte irgendwie so ganz so schlimmer bauen Joshi hat die taktische Jump'n'Stomp-Taktik beste Taktik die funktioniert vor allem leider wenn man sie kann zumindest weiß wo der Blockbutton ist komm dann stirb einfach allein dadurch wenn man es schon weiß, dann ist das ganze schon mal etwas Nein, holt euch nicht das S was, das S? wenn du ihn lässt, dann hat er ein Leben mehr genau, danke Nein! Was ist das? Nein, bitte nicht Lass ihn nicht Lass ihn alles, aber nicht dieses Leben geben Nein! Nein! Ja! Das ist doch toll Willst du aufgeben? Hättest du nicht gesagt, dass es das... Toll Entschuldigung Willst du aufgeben? Nein! Du wirst kämpfen? Gegen Joggers will keiner mehr spielen, ich weiß, wir nächstes Mal raus, glaub ich Spiele zu dritt Mach das halt andauernd Joggers macht keinen Spaß zu spielen Ich kann auch besiegt ihn mit der Kiste Yeah! Jawoll! Wie cool! Das war ja gar nicht, das war die Kiste Jawoll! Was ist das? Ich fang in die Kiste! Die Kiste ist aus! Der muss runterkommen, soll ich sonst kannst ihn nicht besiegen So viele Sachen, die sind schon wieder in der Arena rumliegen ja man war auch mal ein Platz das macht ihr da eigentlich das ist die Lände oben meine Presse zu verzweifeln das Duell das ewige Duell ist immer zwischen den Köln der Kreativität immer noch nicht raus ich werde mich aufgeben die Mio das ist die Erinnerung der Doppeliger Doppel hat er noch zwei Leben das ist ohne ihn nicht das aber es ist Ich seh mich nicht! Ich weiß, dass ich da springe, aber ich seh mich nicht! Das ist der schlechte Sinn der Sache von den Teilen. Was ist bei mir? Du musst damit. Genau. Okay. Und der ist wieder abwärts. Na komm Dorcas, hau ich ihn raus. Ich kann auch den Sternbrick nix. Ne, wieso Stern nicht? Weil ich suche, kommt solches Ding ja noch. Hey Lukas, wir müssen uns hier immer mehr anstrengen, dass ich hier mit den beiden... Nein! Nein! Scheiße! Oh, kenn ich noch, ja. Wieso hat's mich jetzt geschoben? Weil ich die Kamera verändert hab. Das ist ja... Der Joko seine Kamera auf seiner Seite ist gefährlich. Na, willst du mich versuchen, wie die Kamera mit dir sein? Weg mit dir. Weg mit dir. Yes! Ja! Wie cool! Oh, fuck it! Ja, der Inawisch. Jetzt fehlt ihr noch eins. Zu eins. Natürlich! Geht das Teil dann nach oben? Jetzt geht er auf die Jagd. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, jetzt kann fliegen. Der wird dir nicht mehr schaden. Aber dann geht nicht auf, das ist richtig spannend heute bei euch. Mehr wird euch gewinnen. Ein Treffer, der ist wahrscheinlich erledigt. Ein harter Treffer. Man muss erst mal treffen. Aber er hat den Schild. Hast du was? Schild? Oh, der hat Schild und Waffe hat er auch noch. Der Affe hat den Turkes Feuer. Nicht zu unterschätzen. Der König des Böses. Die Stinkbombe auf zwei Beinen. Lächerlich. 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 Oh, das war deine Würde. Mein Kampfgeist. Lächerlich, diese Scheiße. Ja, Yoshi. Hättest du ihm nicht gesagt, dass das Leben ist, hätte er mich nicht unterbrochen. Acht Kills gegen zwei. Und hier mal gestorben und trotzdem gewonnen. Wir machen mal ganz schnell hier weiter. Ich hab aber dafür nicht einmal dich umgebracht. Ich hab mich da vorher einfach rausgehalten. Das ist seine übliche Taktik. Es geht nicht darum, die Spiele zu gewinnen. Der kommt jedes Mal durch. Ach nee! Was? Das ist irgendein Kit. Oh, ich hab keinen Bock. Kit? Icarus? Kit Icarus? Ach so. Ja. Du kannst eine Eierrolle. Rollo. Ein finsterer Pit. Oh, auf der Pit. Äh, Pit, Entschuldigung. Nicht Kit. Pit heißt der aus Kit in the Go. Ach, ich kratze. Alter, oh. Wir sind jetzt nochmal 20 Minuten. Die Map ist sowieso die schlimmste, oder? Ich warte einfach, dass er Jo kommt und... Nein, du wartest nicht. Der kommt dann Jo, der ist so doof dazu. Ah, doch. Vier Schaden. Ja, der kann Käpt'n. Aber er hat Eier. Ja, stimmt. Das ist natürlich gefährlich. Gewinnen. Der mit den Bogen oder der mit den Eiern. Das sind zwei Klingeln. Echt? Oh. Tatsache. Ja, weil der Fynn hat auch geschossen mit Bogen. Ja, er hat auch einen Bogen. Ja, eben. Weißt du? Ja, findest du da findest. Ich glaub, die Klingeln kann auch als Bogen verwenden, oder? Ja, die kann auch als Bogen verwenden, oder? Ja. Ja. Du spielst so intelligent, die Klingeln. Ich schieße einfach selber und bringe. Oh, komm, die Brücke jetzt geh runter. Das kann man ja nicht mehr anschauen. Warte, schau her. Nein! Nein, nein, nein. Das war nicht geplant. Runter von der Brücke, runter von der Brücke, wenn du fliegen kannst. Ah, der kann doch fliegen. Ja. Also, Yoshi. Yoshi, ja. Die Brücke ist böse, das kann ich berichten. Ich hatte mein Vergnügen schon mit der Brücke. Nein! Nein! Ich glaub, das wird ne eindeutige Sache. Jawoll! Braucht ihr einen richtig guten Treffer in den Sweetspot? Ja, das Problem ist halt, dass... Das Ding hier auch mächtig reinhaut. Vor allem, dass die Karte relativ groß ist, dass er deswegen nicht sofort rausfliegt. Mhm. Aber wenn er heftig genug drückt, schon. Ja gut, dann muss er schon 100 Schaden haben, wenn er rausfliegt. Und ich glaub, hier hab ich zuerst. Alter! Äh, ja. Ich glaub ich auch. Die Chancen besteht. Die Chance besteht, ja. Ja klar. Wer's glaubt. Das ist gut, wer da unten einfach sinnlos irgendwo rumballert und nix trifft. Diese Eier können hier auch ein bisschen mehr Reichweite haben. Ja, doof, wenn deine Eier keine Reichweite haben. Macht aber auch immer das gleiche. Ja. Wenn's funktioniert... Storm. Ihr wollt den Charakter haben? Bitteschön. Storm. Wenn's funktioniert. Ja, wenn. Ich will einen guten Kampf haben. Storm. Ja, aber dann gewinn ich nicht. Ja. Das ist richtig. Ja. Du kannst doch nicht gewinnen. Okay, jetzt ist langsam knapp. Ja, jetzt ist glaub ich alles möglich. Fast schon. Nein, 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 nein. Willen wir sie behaupten. Ah, schon mal nachtig. Der stirbt. Ich glaub so schnell stirbt der nicht. Und der Joggers ist in drei. Zwei. Eins. Mensch, komm, mach doch mit. Ja. Geh da runter, geh da runter. Wir sind die Joggers. Traulich. Ich glaub ihr wollt den Charakter gar nicht. Ja, aber wir wollen selber wieder spielen. Ja, 7 und 8. Also der fliegt fast gar nicht weg, wenn die er hat gemacht. Ja, oh. Uh, uh. Mittlerweile fliegst du aber schon ganz ordentlich weg. Das auf den Boden hauen ist auch ein sehr schwer zu treffen da in dem Sweetspot. Hm. Da sind so Smash-Attacken einfach auch. Oh. Ja, durchsiegt keiner da nicht. Auch wenn er sich gemütet hat. Ja. Ah, das war zum Beispiel schöner. Nein, 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 nein. Wollt ihr euren Kampfbereich etwas verändern oder was? Okay. Ja, der eine Treff, oh, schön aber ausgewegt. Oh, tschüss. Oh, nein, 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 nein. Was ist denn das hier? Es gibt ja mal Mühe hier. Ich glaube, es ist hier. Die Frage ist halt, wann fliegt der denn raus? Wer macht erstmal die seiner eingebrückten Kapital? Kann er dich auch machen, wie die sich auch machen. Der gibt auch auf, der will auch nicht so einen Kämpfen gegen den Joggers. Ey, überleg mal, vielleicht kriegen wir dadurch einen Charakter. Möchner die Leitungen auch wenn ich aber auch im Grunde sagen wir werden was leider nicht so viel für die Begründung der Läder der Stadion war es sich auf dieses Netz auf keinen Fall gewinnen ich verliere freiwillig weil ich habe keinen Bock gegen den Tüten auf der Welt der Verkörner wird alles gut natürlich Ohlheufe damit wirst du ja ganz sicher gewinnen natürlich Bochse Kürb ich gehe Ich will nicht mehr... Ich will nicht mehr... Ja, das ist echt witzig, aber nachher in der Aufnahme hört sich das an, und wir alle so nebeneinander sitzen. Ja, richtig. Ja, ich war nicht bei Tibur. Das ist ein bisschen gefährlich. Was? Was war ich das? Nein, das war vom Jokers, der... Jokers sind schon wieder nur dort und macht nichts, ey. Kriegst du nicht gut, wenn ich erkenne. So viel zu... Ich bin hier auch freundlich. Ja, wir sollten uns mal um ihn kümmern. Ja, wir sollten uns mal um ihn kümmern. Schau mal... Drachiii, Jokers kümmern! Okay. Arbeite, Drachiii. Er ist gerade Feuer und Flamme, ja. Alter, was habt ihr gegen mich? Ich habe ihn nicht geschafft zu gewinnen, aber das ist mir halt kurz den Spaß. Du hast mir... Nein! Dein Spaß, du stehst nur rum! Wir gönnen hier niemandem was! Yes! Was ist das? Nein, Boss geht nach! Hopp! Oh oh! Das Dumme ist nur... Nein! Ich bin nicht gerade... Ich bin nicht sicher, ob ich die gerade erledigt habe. Das Dumme ist nur, sobald wir den Jokits vernachlässigen, steht der Lukas einfach nur rum und schwammt aus der Entfernung. Nein, ich hab doch auf den Jokits gezielt! Natürlich! Aus der Entfernung, wo keiner da ist! Glaubt halt keiner! Hallo! Die haben gerade gequatscht. Irgendwas. Das ist ungeschehen. Wohohoho! Krass! Oh! Ja Glorak, schmeiß dich selber raus! Nein, nein, nein! Ach komm, wie weit fliegt das Ding denn weg? Nein, nein, nein! Alter! No! Hä? Nix getopfen! Die Attacke ist so scheiße! Die Attacke früher von Kirby war so viel besser! Also im letzten Fall! Im Brawl! Auf der Wii! Au! Oh! Danke, Len! Einer hat ja was gegen mich! Wohoho! War noch nicht mal am Rand der Karte! Und dann haben wir die schon rausgezogen! Ja, wir haben schon 100 Schaden gehabt! Na und? Ja, das könnte eventuell der Grund mit gewesen sein! Ohpala! Ah! Was treibt ihr da drüben schon wieder? Was treibt ihr da drüben schon wieder? Ausgelösen! Da! So gut, wenn wir auch nicht mehr checken, was da eigentlich passiert und wer die Kills packt! Nein! Klug hat sich nicht erwischt! Ich hätte ihn erwischt nicht müssen! Ach komm! Brauchen wir ein paar Kills hier! Oh nein! Nicht das fiege ich schon wieder! Nein! Hör mir Ruhe! Mist fie ich! Ja, so weiter schießen wir immer eine Seite kaputt! Die ganze Zeit, damit er gut gelabert wird! So gut! Oh nein! Jawohl! Jawohl! Du hast gesagt, alle gegen mich! Ich bin ja auch die ganze Zeit gegen dich gegangen! Bloß die anderen sind dann auch noch auf nicht gegangen! Ja! Nein! Ja, ja! Doch es werden schon neue Freunde da drüben! Ja, ja! Da kommt der Gluver schon wieder! Nein, 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 nein! Eine komische Attacke von Kirby muss das gar nicht mehr machen eigentlich, weil die eh nicht das! Ach! Also die hier meine ich, wenn ich den Ball einsammle. Ey, ohne Witz, der Ball liegt genau immer weg von mir. Was habe ich dem Ball denn getan? Auf jeden Fall habe ich... Ach, hier habe ich selbst das Haus befördert. Gut. Ich dachte, ich habe es eh vor, zu verlieren. Nein, 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 nein. Doch, doch. Komm, spring einfach freiwillig ins Haus. Drei Leben ziehst du ihm nicht ab. Und ganz ehrlich, das ist Kirby-Drachen-Bursche. Und du musst danach gegen diesen finsteren Link kämpfen. Das ist ein Kirby-Drachen-Bursche, das schaffst du nicht. Ist das ein Kirby-Drachen-Bursche oder was? Ja, der Kirby wird von Drachen-Bursche gespielt. Ja, und? Drachen-Bursche, kann Drachen-Bursche wie Kirby spielt, wie meint er damit? Ja. Traurig, aber... Was? Au. Fress! Oh ja. Jetzt habe ich die Plastik wieder so weit wie... So Fliege-Charaktere sollten verboten werden. Glenn setzt sich ein für ein Verbot von Flug-Charakteren. Aua. Ohohohoho. Aber es war klar. Tschüss Kirby. Gotta be. Aua, nämlich anzünden. Macht man doch nicht. Greifen sind die A und D gleichzeitig. Das ist ziemlich gut gegen... Wenn du ihn anzündest und danach greifst. Aua. Ja, Lukas ist der einzige Spieler, der blockt. Ja. Das ist aber wichtig. Ja, das macht halt keiner. Ja. Oh, tot ist er. So. Mein Gott. Viel Spaß mit finsterer Link. Danke. Oh ja, stimmt. Finsterer Link ist rapid. Deswegen wollte ich auch nicht gewinnen. Ach so, ja. Du Link. Wie hab ich denn immerhin dritter geworden? Dritter dazu geworden. Mit... Oh, was schön. Schiefene Kills hab ich denn. Zu viele. Zu viele. Guck mal bei mir. Ich hab mehr Schaden als er zugefügt. Ich hab mehr Schaden. Ich hab kein Kill. Ich bin viermal durch dich gestorben. Du gefügter Schaden. Wie viel hast du? Du. Jetzt mach weiter einfach. Sieben Kills. Aha. Glorak hat mich viermal getötet. Böser Glorak. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Ouah, oh, 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 oh.